Hi und jetzt sind wir am Stand von Amma. Neben mir steht die Mareike und die Mareike hat uns ein paar Neuheiten mitgebracht. Da wollen wir gerade mal ein bisschen was dazu erzählen. Hi. Hallo, was als überarbeitete Neuauflage herausgekommen ist, ist die Posaunenschule von Jürgen Kessler. War schon mal auf dem Markt, jetzt ist sie wieder da. Dann gibt es etwas für Klavier für die linke Hand. Das heißt die Stücke, da liegt die Melodie in der linken Hand und die Begleitung in der rechten Hand. Sonst ist es ja immer umgekehrt. Jetzt wird die linke Hand trainiert. Von Manfred Schmidt-Schmitz eine neue Klavierschule. Spielen nach Akkord-Symbolen. Als Neuauflage auch hier Rhythmic Reading, jetzt mit CD. Vorher war sie ohne CD. Das heißt alle Stücke sind eingespielt worden, alle Übungen. Morszek und Burgmann klassische Gitarre für zwei neue Stücke für Anfänger bis mittelschwer. Und für Gitarre 99 Rockriffs von Jürgen Kumlin. Und dann haben wir noch was für Klassenmusizieren für die Blockflöte von Jürgen Meier. Können wir da vielleicht mal ganz kurz reingucken? Das ist quasi eine Schule von Anfang an? Genau, von Anfang an und für wirklich Gruppen. Schulklassen ab zehn Personen aufwärts. Und immer nur mit Lehrer. Ist die Lehrerbekleidung da mit drin? Das ist quasi das Heft für den Lehrer und den Schüler. Super. Mareike, ich danke dir. Da habt ihr ja ein bisschen was rausgebracht. Das ist ja wunderbar. Dann danke ich dir für deine Zeit. Super, danke schön.